Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Udin hier zu einem, ja, Teaser-Trailer-Breakdown-Video in Anführungsstrichen. Vor kurzer Zeit hat EA einen neuen Teaser-Trailer hochgeladen bezüglich FIFA 17 und deren Titel Football Has Changed. Und natürlich sieht man auch in einigen Sachen, was sie damit meinen. Es wird einen Wechsel geben hin zur neuen Engine. Auf welchen Systemen es die neue Engine geben wird, das ist noch nicht ganz bekannt. Das wird aber natürlich am 12. Juni auf der EA-Pressekonferenz bekannt gegeben. Und da können wir uns natürlich drauf freuen. Was wir hier aber auch schon sehen, ist einmal James Rodriguez, Eden Hazard, Anthony Martial und Marco Reus als potenzielle Cover-Stars sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie für die verschiedenen Länder entsprechend die Spieler nehmen. Was ich interessant finde, dass sie aber zwei aus der BPL nehmen, was aber auch schon recht interessant ist. Wir können uns aber gerne einmal erstmal kurz den Trailer anschauen, falls ihr den nicht schon gesehen habt. Den schneide ich euch jetzt einfach mal hier eben rein. Und dann können wir ganz kurz darüber schnacken, was da drinne passiert. Wir sehen uns unterschiedlich. Football hat sich verändert. So, so viel haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen in diesem Teaser. Ist natürlich klar, EA möchte jetzt einfach nur die Leute heiß machen. Wenn die Pressekonferenz da am 12. stattfindet, werden wir natürlich nochmal einen größeren Trailer sehen, welcher vermutlich so ein bisschen die Frostbite-Engine noch ein bisschen in ein neues Licht stellen wird oder so. Was ist überhaupt diese Frostbite-Engine? Worum geht es da überhaupt? Also, Frostbite-Engine kommt von DICE. Die haben unter anderem, glaube ich, Battlefield entwickelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich stecke da nicht ganz in der Materie drin. Auf jeden Fall wird diese Frostbite-Engine unter anderem halt in Battlefield verwendet. Need for Speed hat es, Inquisition, also Dragon Age Inquisition. Dann haben wir Star Wars Battlefront. Mirrors at Catalyst soll es haben, Battlefield 1 und Mass Effect Andromeda. Und eines von den Features, was zum Beispiel da auftaucht, laut Wikipedia ist es so, dass Gebäude zerstört werden können oder Objekte allgemeiner Natur und dass Objekte von Kräften, wie zum Beispiel dem Wind, beeinflusst werden können. Unabhängig jetzt einfach, wie das aussieht. Also, das Visuelle sieht natürlich auch sehr, sehr gut aus. Wir haben ja Azad auch mal als Modell gesehen, also nicht als echten Menschen, sondern als gerendetes Modell. Und das sieht auch schon super nice aus. Was es bedeuten könnte, wenn die Frostbite-Engine eingesetzt wird, dass zum Beispiel Tretlöcher entstehen. Also, wenn der Ball falsch getreten wird, dass da Löcher im Rasen entstehen. Oder aber, was auch mega nice wird, falls so ein bisschen Wind im Stadion ist oder so, man weiß es ja nicht, ein bisschen weht da ja immer irgendwie was, denke ich, dass der Fußball beim Schießen auch davon beeinflusst werden kann. Ja, also, dass man da auch nochmal so eine zusätzliche Komponente hat an Realismus. Das wäre super, super nice. Also, es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Ein sehr guter Schritt von EA, dass sie jetzt hier darauf zugehen und die Frostbite-Engine nehmen. Das, denke ich mal, wird ein richtig guter Schritt sein, dass da das Ganze wesentlich realistischer noch wird und dass da halt ein neuer Schwung reinkommt, neue Engine, neues Glück und so weiter. Für welche Systeme, wissen wir halt noch nicht. Das sieht man jetzt hier alles noch nicht. Das wird vermutlich auch erst am 12. Juni bekannt gegeben werden. Ich denke mal, es wird auf keinen Fall für die Last-Gen-Konsolen wie PS3 und Xbox 360 geben. Eventuell lassen sie auch am Anfang noch den PC raus. Das haben sie ja öfter mal schon gemacht, dass der PC nicht am Anfang gleich die neue Engine bekommt. Wäre aber sehr, sehr schade, weil das aber für den PC eigentlich super machbar wäre. Also, es ist ja praktisch prädestiniert dafür, mit der Frostbite-Engine eigentlich auch dann zu arbeiten. Und wir werden sicherlich dann für die Next-Gen-Konsolen Xbox One und PS4, oder die Current-Gen in dem Sinne, auf jeden Fall die neue Engine bekommen. Ich bin auf jeden Fall heiß. Wir werden mal sehen, was wir da zu sehen bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr meint. Was haltet ihr davon, was diese Engine bringen wird? Seid ihr auch heiß auf den neuen Trailer, der dann, oder die Ankündigung, die Pressekonferenz, die am 12. Juni dann stattfindet? Ihr könnt es gerne auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video gerne mit einer positiven Bewertung liken würdet. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.